SWINGER! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Tja, in der letzten nervigen Folge mussten wir hier ein bisschen rumsuchen, beziehungsweise ich. Aber jetzt haben wir ja den Weg freigemacht und jetzt werde ich auch die Gruppe wieder ändern. Ich werde Aladdin für Goofy wieder reinnehmen. So. Alles klar. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Jafar. Mit wegen den Hintern versorgen gehalten. Nicht da runter, nicht da runter. Die sämtliche Herzlosen jetzt mal grad ignorieren, Leute. Die interessiert uns nicht. Ich bin halt hier auf den MD zu verschleudern, Mama. So, Schatzkammer. Gut. Ah. Ah. Aber doch noch, wenn die Ampel ja noch im Speicher kommt. So, Abo. Ah, so kommen wir jetzt an den Tor an, okay. Mit's gar gut. Jetzt hier noch. Toll, jetzt komm ich hier hoch. Ich bin auch so hier hoch. Komm. Nee. Ja, ist egal. Gut. Okay, wir werden noch mal speichern. So. Jetzt geht's los. Föhne der Lichter. So. 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 Wait a second, are you Maleficent? Jafar, Black Jasmine, go! Nicht eine Chance. Sie sehen, sie ist eine Prinzessin. Eine von sieben, die in einem Moment halten die Schlüssel zu öffnen die Tür. Öffnen? Die Tür? Aber Sie füllen nicht, um zu sehen, was außerhalb es liegt. Genie! Mein zweites Wille! Sie sie! Genie! Nein! Entschuldigung, Al. Der, der mit der Lampen nennt sich die Schlüssel. Ich habe keine Chance. Möglichst von Genie fernhalten. Und auf Jafar losgehen. Ja! 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 Also ich war schwerer. Lass mich verfehlen. Genie will uns nicht mehr tun. So, taugt er wieder auf. Natürlich haut er wieder auf. Feigling. So. Andere Strafikus bekommen. Sehr schön. Puh. Kraft der Kälte. Eis wurde zu Eisra. Sehr schön. Na gut, jetzt zu Jasmin. Ja, ich hätte zuerst durch speichern können, jetzt aber... Dö. Genie, mein letzter Wille. Ich möchte, dass du mich ein all-powerful Genie machen kannst. Oh, shit. Oh, die Entscheidung war trotzdem nicht die glückste. Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Wir müssen zuerst Jeff-Fahrer fassen. Äh, ja, wie ihr meint. Nee, gut. Wir werden aber vorher noch mal... Vielleicht eine Hütte einsetzen, hm? So. Vollständig geheilt und runter. Oh, je. Okay. Jeff-Fahrs Lampe. Das ist jetzt ein Schwachpunkt. Sie ist nicht hier, ist es nur ich. Ihn selbst anzugreifen ist völlig sinnlos. Und ich schau mal auf. Sie wird umgebracht. Sie haben einen neuen blödeseckel. Komm schon! Los! Lass die Lampe los! Was ist hier? Jetzt ist er auf der Heerweiter. Das ist ein Problem, dass der Diago verfolgen muss. Ein kleiner Helfer. Okay. Jetzt liegt er wieder weg. Shit! Okay. Okay. Jetzt? Danke. Was hat dich denn noch für los, Diago? Etwas. Okay, Jafar. Back to your Lampe! Ja! Quack! Kraft der Hitze. Feuer hat sich zu Feuerarbeit entwickelt. Und ein Anzenbericht. Ihr musstet ja Jasmin unbedingt wieder allein lassen, ne? Pantoffelhelm. Okay. Okay. Okay, der fliegende Teppich bringt uns raus. Sollten möglichst die Trümmer, die von oben fallen, vermeiden und auch diese Wolken. Diese Felsen im Weg. Sollte. 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 find Jasmine hmm sorry I'll I'm done taking orders from others but a favor now that's entirely different I guess I could give that a try after all we're right Al Gini just leave it to me okay then is Gini jetzt mit uns unterwegs and a smarmy vizier could have had him if someone had stuck around to give him a hand hey I did my part I brought the princess didn't I Jafar was beyond help consumed by his own hatred one should be aware of letting it burn too fiercely whoa 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 lighten up huh I'm as cool as they come okay by the way kid have we got something special for you huh we had a deal yet you help us and we grant you your wish hurry go to her your vessel is waiting just remember this is no pleasure cruise it won't be a pleasant voyage why are you doing all this for me what's the catch cat what's the cat silly boy you're like a son to me I only want you to be happy I seriously doubt that believe what you wish but lest we forget I kept my end of the bargain so so Riku mit was für leuten hängst du bloß ab hm aber er ist immerhin kein naiver Dämluck der sich ausnutzen lässt der hat auch seine eigenen Pläne hihihi Genie kann gerufen werden ihr nehmt das mit Wunderlampe aha und die grüne Triothek Mensch Zora bitte finde Yasmin für mich ja ja schon in Ordnung damit haben wir einen neuen Schlüssel der sogar etwas stärker ist hohe Trefferquote und Durchschlagskraft sind seine Merkmale mhm in Ordnung in Ordnung Obilities nö nicht wirklich Schaummel kann Donald noch nicht anlegen ja auch Schufi kann Glückswitz nicht anlegen ok unterrufen ist jetzt Genie mit drin na Simba hätten wir bei Jafar auch wieder einsetzen können aber ist egal ok damit sind wir na gut wir sind eigentlich noch nicht ganz fertig da wir ja jetzt die grüne Triothek haben können wir noch so ein paar Orte aufsuchen wo wir die anwenden können zum Beispiel hier in dem Lagerhäuschen oder oder Marendale oder ah hier gab es nämlich eine Abilitamin das gibt uns einen Ability Punkt gut dann werde ich mal im Tagebuch nachsehen wie es mit dem Trio Text denn überhaupt jetzt aussieht wir haben schon zwölf blaue gefunden wir haben schon zwölf blaue gefunden schon vier rote ok in Ordnung wir haben 18 Minuten wir könnten praktisch mal gucken mal gucken wohin fliegen vielleicht ja ich glaube ich weiß wohin ah ja mit der neuen Triothek sollten wir besuchte Welten nochmals erkunden ja war nicht auch im Accessoirladen so ein Zeichen ja in Traverse da wollen wir auch hin diese verlorene Seite zu Merlins Buch gehört dann haben wir das dann sollten wir sie ihm überbringen ja und hier sind bereits zwei weitere Welten aufgetaucht eine mit sechs Sternen eine mit fünf die mit fünf wird dann als nächstes sein aber zuerst hier gab es glaube ich nur noch ein weißes und gelbes hier gab es glaube ich auch noch was ja genau ich weiß wo zum Glück können wir uns dorthin warpen und müssen wir nicht fliegen viel Zeit nehme ich mir jetzt noch um das alles abzugrasen so wir landen im Totenbau ok rein in den Totenbau und ab zur Oberdrutsche sammeln die leckeren Früchte insgesamt erhält man vier neue Strecken dann meistert man alle wo nützliche Alters ja ich habe bisher aber noch eine gefunden ich weiß nicht wo die anderen drei sein sollen also hier ist der Eingang zur ersten so aber hier will ich hin denn hier versteckt auf diesem Grund ist nämlich noch eine grüne Triotech kann man wirklich kaum sehen so ich dachte ich habe das gleiche gesehen das mit mir abzüsten zu tun ne aha ehg jetzt wird zum Totenbau Gut, das war's dann schon mit dem Dschungel. Wir haben den Gumi-Jet, jetzt geht's zurück zum Wunderland. Natürlich warpen wir, wir fliegen nicht nochmal. So, wir landen, ist eigentlich egal wo, im Kaninchenbauch, direkt am Anfang. Okay, wir haben hier nämlich schon die erste. Elixier, okay. Der Schlüssel sieht gar nicht so übel aus. So, hier ein Wunderzimmer, dürfte es auch noch was geben, hier nehme ich einen Kamin drin. So. So, hier haben wir die nächste. So, hier haben wir wieder eine Kiste. Weg da. Mit Rearns, na schön. Oh, das geht jetzt schnell mit dem Schlüssel. Oh, Alter. Keine Ahnung, was da an jetzt stärker Eingriff sein soll. Vielleicht ist es einfach nur Reichweite oder irgendwas anderes halt. So, aber jetzt wieder groß werden. Obwohl, nicht unbedingt. Wir können auch einfach hier ans Herz-Tribunal reingehen. Und von dort aus wieder ein Gummi-Jet. So. In Ordnung. Dann geht es jetzt noch zurück in die Stadt Travers. Gleich in den Accessoire-Laden. Ich würde sagen, Merlin besuchen wir ein andermal, wenn wir noch mehr verlorene Seiten haben. Oder halt in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht. So. Hier werden wir auch das Triothek-Symbol aktivieren. Da darf ich die Leiter hier freischalten. Damit wir endlich ins obere Geschoss können. Zurem nur Grieß. Wird euch zuerst seine Erklärung angucken. Untersuchen. Postkarte erhalten. Hehe. So. Können wir auch gleich einwerfen. Wir können aus euren Items ungewöhnliche Neuer machen, Kupo. Lasst uns jetzt etwas für euch machen, Kupo. Bringt einen Haufen Items von euren Reisen mit, Kupo. Ja, ist ja gut. So. Zwei Kisten haben wir hier vor uns stehen. Mitrierts. Und? Oh. Drei weitere Welpen. Sehr schön. Willkommen. Schmieden wir. Was können wir machen? Mega Potion. Wow. Hütte. Hütte. Energiereif. Was die hier eigentlich ausrichten, erfährt man leider erst, wenn man sie gemacht hat. EXP-O-Ring. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber da fehlt uns noch einiges. Zauberring genauso. Und hier fangen wir mit Mega Potion an. Hütte. Dem Energiereif. Dem Energiereif. Und der Kräftekette. So. Vier von sechs haben wir schon. Schmiedelehrling. Ja, wir haben schon einiges geschmiedet. Gut. Dann können wir uns gleich mal angucken, was das macht. Äh, nicht so im Grünlicht. Oh ja. So. Weißzahn. Proterran-Kette. Kräftekette. Angriffskraft steigt geringfügig. Hm. Ich würde jetzt die Abwehr sinken. Weißzahn. Nee. Wäre für Goofy vielleicht besser. So. So. So, die Energiekette. Äh. Energiereif. Energiereif. LP und Abwehr steigen geringfügig. Hm. LP und Abwehr. Nee, das ist ja nicht so gut. Oder im AP einbüßen. Nun. Eigentlich wäre so ein LP Plus für Donald nicht schlecht. Scheißweiß was auf den einen Angriffspunkt. So. Dann schmeißen wir noch die Postkarte an den Briefkasten hier. Abelitamin. Gut. Können wir eigentlich für Sora einsetzen. Maximum AP steigt um ein Punkt. Nutzen für Sora. Und nochmal für Sora. So. Er hat jetzt drei AP. Reflektor. Bei dem nächsten Mal, wo er selber wieder AP kriegt, können wir endlich mal Perforieren nutzen. Gut. Das ist dieses Reflektor. In Ordnung. Dann geht's wieder in den Accessoire-Laden zurück. Ich überziehe nämlich schon wieder ziemlich. So. Und jetzt werde ich hier einen Cut machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann mal sehen, ob ich Merli doch einen Besuch abstatte oder nicht. Wir werden sehen. Also. Tada. Haha. Haha. Hihi. Hihihi. Hohoho. Hihihi. Ha-ha-ha. Ho-ha-ha. Hihihi. Ho-ho-ho. Hihihi. Ha-ha-ha. Ho-ho-ho. Bis zum nächsten Mal.